Hast du zufällig Feuer für mich? Entschuldige, aber ich mag blonde Frauen mit riesen Dingern und so. Ich will deine Eltern nur mal kennenlernen, das ist alles. Hallo Mama. Hallo Papa. Er ist seit drei Monaten nicht mehr vom Bildschirm wegzukriegen. Toma und ich werden heiraten. Arschkriecher. Ich hab dieses Haus satt und die Alte da, die nur noch nervt. Ab heute mach ich genau das, was ich will. Ich kratze die Kurve. Er ist komplett durchgeknallt. Das geht vorbei, Schatz. Hallo? Los, wir beide gehen heute Abend aus, ich will mir ein paar Ärsche an. Wenn er denkt, dass er mit 50 die Pubertät nachholen muss, dann soll er das gern versuchen. Oh verdammt. Alles okay mit ihren Augen? Meiner Meinung nach sollte man ab einem bestimmten Alter den Führerschein wiederholen. Meiner Meinung nach sollte man ab einem bestimmten Alter die Klappe halten, kleine Pussy. Ey, mach leiser. Ich hätte gern ein Big Mac Menü mit Pommes und eine Cola Light. Das ist das wahre Leben. Meine Frau, ja? Meine Tochter. Sie sind die reinsten Nervensägen. Du darfst nicht heiraten. Diese egoistischen Arschlöcher. Du glaubst nicht an mich, aber andere Leute glauben an mich. Haltet euch beide ruhig für Rockstars. Ich hab dafür gesorgt, dass du deinen Traum nicht aufgibst. Seit ich dich kenne, hab ich alles verloren. Und du auch. Ich hab die Nase voll, ich geb mich nicht mit kleinen Jungs ab. Das ist typisch bei Jugendlichen. Das ist ein Hilfeschrei. Du hast mir mein Leben versaut. Willst du mir auch noch meinen Selbstmord versauen? Hallo? Das ist ja mit den Typen los. Dauernd werd ich angequatscht. Unser Monsieur braucht hier etwas, das ihn verjüngt. Vielleicht mit einer Prise Botox. Ah, du fängst hier gleich eine. Hey, jeder. Habt ihr ein bisschen Shit? Verdammt, Jill Bear. Die sind erst acht Jahre alt.